Im Mai gehen wir auf eine Reise ins Unbekannte. Von Südamerika bis nach Australien. Wir tauchen ein in fremde Welten und konstruieren eine bessere Zukunft. Wir müssen jetzt einen Schritt nach vorne machen und neue Technologien einsetzen. Der Stärkste überlebt. Die Leute sollen etwas erleben, was es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Besser geht's nicht. Mit den Doku-Highlights im Mai.